So, ich schnappe mir jetzt als erstes den Akku. Der wird extrem gerne genommen, auch wenn man einen Privathaushalt oder ähnliches hat. Und jetzt Richtung Herbst sowieso ideal das Ganze, weil wir haben ja viel mit Laub zu tun im Herbst. Und jetzt sieht man eigentlich relativ schön, wenn ich darüber hergehe, wie schnell man doch eine kleine Fläche abklären kann. Kann man jetzt ja mal eben komplett zeigen und machen. Wie man sieht, wird schnell ein super Ergebnis und eine ordentliche Flächenleistung.